Hey Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 7, Rebirth, immer noch in der Corel-Region bzw. Nähe von Costa Delft-Sol, am Sidequest, wie sollte es auch anders sein. Ihr wisst ja, wir nehmen so viel es geht mit, nicht unbedingt 100%, aber alles einsammeln, was wir hinbekommen, was Spaß macht und was wir finden. Hier ist wieder so... Ich dachte, es kommt ein bisschen an Juno noch an, aber ich glaube, das ist doch wieder eher so Grasland-Regionen und ich kann sehr schlecht einschätzen, was davon überhaupt gerade öffentlich zugänglich ist, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir das hier alles komplett mitnehmen können gerade. Weil das ist halt, also, ähm... Boah, ein bisschen. Und es wirkt halt wieder wie viel Gebirge, wo man nicht hin kann, sondern vielleicht nur rüberfliegen irgendwann, wenn man ein Luftschiff bekommt. Entschuldigung. Also, hier ist halt noch mitten im nächsten Turm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt alles komplett schon aufdecken können. Das wirkt halt dafür einfach zu groß. Für eine Region. I don't know. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir später irgendwann wieder noch ein Luftschiff bekommen und die Sachen sich dann einfach so aufdecken, weil man rüberfliegen kann. Maybe. Vielleicht denke ich auch falsch. Und es ist wirklich einfach riesig und wird nach und nach freigeschaltet. Aber das ist mir halt in der Gasland-Region schon aufgefallen. Wait a minute. Wenn wir da nochmal hingehen. So, ja, mir fehlen zwei Sachen. Definitiv habe ich nicht mitgenommen, habe ich übersehen. Die beiden, ne? Aber selbst wenn wir die beiden noch mitnehmen, was ist hiermit? Was ist hiermit? Soweit ich weiß, sollten da keine Quests mehr sein, aber es ist ja trotzdem da, die Ecke. So, das ist jetzt auch eher eine kleine Ecke, aber wie soll ich das aufdecken? Weil über Gebirge muss ich ja technisch gesehen rüberfliegen können dann. Oder halt eine Art von Möglichkeit haben, das aufzudecken. Indem ich halt rübergehe. So, bei vielen Gebirgen kommt man halt nicht rüber. Weil es zu hoch ist. I don't know, vielleicht bleibt der Nebel auch ewig. Und synthetisch, aber hey, who knows. Hier jedenfalls ist jetzt die Frage, eine Seilrutsche fehlt uns noch. Ansonsten sind hier Sachen, aber ich weiß nicht, wie weit wir hier kommen, again. Weil es gerade halt so aussieht, als ob ich hier gefühlt nirgendwo richtig lang komme. Hier vielleicht noch hin, wobei hier weiß ich auch schon wieder nicht. Vielleicht drüber fliegen, äh fliegen sag ich schon, schwimmen können. Aber das sieht halt aus wie so riesiges Gebirge, wo ich gar nicht rüberkommen kann. Gerade. I don't know. Wir brauchen jedenfalls noch eine Seilrutsche. Die fehlt uns noch für die Johnny Quest. Und auch da weiß ich nicht, ob wir die gerade überhaupt irgendwo finden können. Ich würde halt weiter in die Richtung gehen, aber... Also in die Richtung der Hauptquest. Aber ja, ob... Da jetzt wirklich was ist? Keine Ahnung. I don't know. Ich denke, es ist eben, dass wir hier... Da helfe ich gern. Zeitquests, äh, Zeitquests, äh, MSQ mit sich hinmüssen und ich eigentlich nicht zu weit gehen wollte, ohne mich aufzugucken. So, I don't know. Überlass das mir. Das schafft dich. Oh, she got no MP. Okay. Ich nehme mal kurz hier mit, wo ich hier rumgammel, weil die MP wieder knapp wären. Ins Kissen einmal bitte für den Pool, damit die nicht Jules Splitter abkassiert. Warum ist das... Ich glaube, dass das kleine Chicken Ducky da sich mitten legt, dann. Ich habe den ganzen Tag gewartet, dass du herkommst, damit ich wieder schlafen kann. Warte, das hört sich falsch an. So, hier waren wir auch schon. Die Frage ist, wo ist die letzte Seilrutsche? Ist die dahinten? Das ist wichtig zu wissen, weil da müsste ich mich rumziehen und ich will mich nicht rumziehen. Also schauen wir erstmal hier, ob es hier noch irgendwo was gibt. Das ist halt auch schon hier Gebirge, wo ich, glaube ich, nicht mehr... Oder? Komme ich hier hoch? Wirkt halt sehr hoch. Oh, oh, ich komme hier hoch und da ist... Oh mein Gott, der schießt mich einfach. Not again. Kupo. Es gibt geiler Content als die Mokris in diesem Spiel, okay? They are not cute. Aber auch hier zum Beispiel. Jetzt einfach mal, um das... Zu zeigen, was ich meine. Da kommt man nicht drauf. Also, das geht nicht. Das ist so weit hoch und das ist halt hier, weil... Habe ich das Gefühl, dass das alles Berge sind, wo man... Auf Teufel komm raus, nicht da hochkommt. Also, ja. Wie deckt man den Kartenbereich auf? Gar nicht? Vergammelt das einfach? Kriegt man wirklich irgendwann ein Luftschiff und dann einmal... Wie! Rüberfliegen? Keine Ahnung. Insofern dürfen wir wieder Kinder... Äh, Mokis verkloppen. Ab noch Narnia. Bitte sammle meine kleinen Racker ein, Kupo. Äh, okay. Schau mal nach. Wie ging denn das nochmal? Einfach nur rumrollen, ne? Da ist das... Ich bring dich um. Warte Richtung! Komm schon, in das Haus. Genau, man muss einfach nur diese wunderbaren, kleinen, süßen, cutigen Kackbratzen zum Maus bringen. Einfach ist es, glaube ich, wenn man sie zum Wirbel... Wirbeldingen kriegt. Da kann man sie dann nämlich fangen. Mit L2 war es okay. Problem ist so, man ist damit auch nicht wirklich schneller. Aber man kann sie zumindest vernünftig übertragen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, hat gereicht. Wie? Irgendeiner... holt mich da von der Seite gleich weg. Du kleiner Strip. Ich müsste dich doch eigentlich straight reinbekommen, oder? Der scheint ein bisschen einfacher zu sein, als der davor, der Content. Der war ein bisschen nerviger. In der anderen Region, habe ich das Gefühl. Ich habe nichts gesagt. Geh da rein. Vielleicht solltest du anfangen, sie ans Bett zu fesseln, wenn sie immer wieder abhauen. Und vorschach, ey. Deine Erziehung. Der Laden konnte endlich geöffnet werden, Kupo. Vielen Dank, Kupo. Hast du gewusst, dass Mock, der erste Mockri-Händler nicht fliegen konnte, Kupo? Also hat er ganz viele Kupo-Nüsse gegessen und ganz fleißig geübt. So hat er es geschafft, Kupo. Mock hat wirklich Erstaunliches vollbracht, Kupo. War das nicht die Mini-Story im Goldwasser damals? Kupo! Das Minigame da. I think so. Hier drüben! Hereinspaziert, Kupo! Was haben wir denn hier, Kupo? Oh. 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 Die Dinger kriegt man sowieso. Roten Krieger. The Reds oder... What is this? Handbuch, weißt du, Schusswaffen. Müssen ja eigentlich Barrels sein, gell. Oh. Ich nehme das mit. Von Reds einfach. Was machst du? Achso, das kann man nur noch mal spielen für mehr Mocker-Medaillen. Okay, I don't need this. Das ist Gott egal. Ich glaube, die Mocker-Medaillen gibt es auch oft genug auf der Map. Entschuldigung, brauchen wir das Zeug, glaube ich, jetzt nicht. Tja, nun, da war ich aber auch schon. Also, wo ist die letzte Seilrutsche? Wir sehen, tue ich ja auch nix und ich gehe davon aus, dass man hier nicht lang kann. Bei dem Gebirge. Wo ist die letzte Seilrutsche? Wo wir noch hin könnten, ist hier unten. Weil, da ist hier noch ein Kampfplatz. Ich habe noch hier runter, gell. Oder war das ja den, den wir schon hatten? Verdammt. Ne, ne, den hatten wir noch nicht hin. Auf der anderen Seite hatten wir. Na gut, schauen wir mal. Ich versuche gerade die letzte Seilrutsche auszumachen, aber ich glaube nicht, dass die hier irgendwo ist. Seilrutsche-Chan, wo bist du? Eine fehlt doch noch. Ist das der Kampfplatz? Seid ihr das? Jep. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Wirklich? Seltene See-Hippocamp-Spezies identifizieren. Ruf für Datenverzeichnis auf. Die Hippocamps, bei denen das Männchen die Eier austrickt, gelten als ein Tool für Eheglück und Fruchtbarkeit. In dieser Region, in dieser Region, die Eich-Zähler sind, die Eich-Zähler sind, um Anführungsschmuck aus Hippocamp-Stacheln zu schenken. Bin mal so ein Brack. Schauen wir mal, wirksam Ei. So zieh mir da, schweig jetzt in der Kreatur aus, wo war ich, dem du's auch raus und schweig ein Bild machen, okay? Ausgezeichnet! Sie sind beisandern begehrt und werden stellenweise zu Preisen von Edelsteinen gehandelt. Was soll das geben? What the fuck? Ich hoffe, dass mir ein schluckeliger Typ gibt. Irgendwann auch mal sowas kommt, dann ist Schenis auch. In diesem Sinne, gib ihr Doppel das einfach wieder, und in die Staffeln die Staffeln, okay? Alles kommt, was soll das machen? Tja, muss das mir enden? Kannst du immer überlassen, dass mir. Ich kann nichts sagen, aber wir brauchen keine Hilfe. Aber Papa, 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 hat irgendjemand Shiva ausgerüstet? Du eigentlich, oder? Danke, dass du so schnell gekommen bist. We got esp-ferred, die Karten. Höhö, die Kuckies. Ich mach' ich einfach so tot. Ich mach' ich einfach so tot. Schwinglich? Perfekt? Lass' jetzt nicht schlafen, Herren. Gemeinsam! Aber hier braucht man die Arbeit! Was? Warum? Was? Was? Manchmal switchen sie ja, wo ich gar nicht richtig gedrückt habe. Ich kann mich so schnell wechseln! Egal. Wollte ich sagen, ja. Das war ein exzellenter Kampf! Auf so ein Ziel kann man sich echt was einbilden! Ich bin fast tot! Haua! Und triggere mich durch auch in High Spray! Ich mach' mehr als ein High Spray! Hatte ich noch geilere High Spray? Super Spray! Geil! Und Cloud ist immer noch halbtot! Okay! Talking about it! Was macht die Synthese? Hab' bisschen mehr anfertigen, I guess. Weil ich eh öfters alle heilen muss. Und wenn ich was hab', sind's Sachen da zum Herstellen. Ich frag' mich, ob man noch mehrere davon gleichzeitig anfertigen kann. Aber ich glaube nicht. Oder? Spielt da was? Wartet! Stück soll ändern! Haaa! Ich bin klug! Super Spray! Weil ich da noch mehr Supertränke bräuchte. Boah, davon kann ich nicht mehr so viel machen! Fühling Strong! Geht auch noch ein paar! Okay! Sollte erstmal wieder reichen! I guess! Geh' nicht davon aus, dass hier noch irgendwas ist! Nöp! Das heißt... Ah! Choco-Cham ist da! Kommen wir mal her! Wiii! Vielleicht nicht gegen den Baum rennen! Machen nicht Plötze, Digga! Plötze hat auch jeden Baum mitgenommen! Nur Witcher! Stand da drauf? Okay! Kann ich nicht dafür! Was haben wir hier noch? Sieht aus irgendwie wie so eine Schatzsuche oder sowas! Or not! Ich dachte hier ist irgendwas noch! Entschuldigung! Steilbanschen! Steilbanschen! Irgendwo... Wie komme ich da zu Demen? Hier schon mal nicht, wie ihr sehen könnt! Vielleicht wenn ich hier schwimme? Auf jeden Fall... ...Wa-wa-wa-wa-wa! Nee! Die Ecke ist jedenfalls schon mal closed! Da kommen wir nicht rein! Was soll denn hier links wenn sein? Ich mein schwimmen können wir ja gell! Wann? 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 Wann oder nicht? Wann. Wann? Wann... Das ist die Frage, wie weit wir überhaupt kommen gerade. Bis wir Story weiter müssen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier weit kommen. Ah, schön. Ah, war ich hier schon? War ich. Nun. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Irgendwas scheint hier noch zu kommen später. Also, dass wir nicht alles gerade betreten können. Was mich gerade nur ein bisschen ärgert, ist, dass uns halt noch was fehlt für die Quest bei Johnny. Und ich meine alle, Seilsachen hier abgegrast zu haben. Ist also die Frage, wo ist die letzte Seilrutsche? Oder reicht sie ihm auch schon für die beste Stufe? Ich glaube nicht, ne? Alternativ halt offen lassen die Quest und weitergehen und schauen, ob da noch was kommt in der Ecke. Ich kann halt nicht erkennen, ob das da oben eine Seilbahn sein soll. Sonst wüsste ich jetzt aber halt auch nicht, wohin. Ganz ehrlich, sieht nämlich nicht so aus, ob da noch was war. Wir haben jetzt halt alles doppelt und dreifach überprüft. In der Ecke. Kohlgebirge. Hiking Trail. Ich meine Hiking Trail. Könnte in der Ecke sein, aber muss nicht. Schaffen wir das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Es sagt, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Los, gehen wir. Das ist einfach nur Materia geil. Hol Dampf voraus! Juffi, wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich auch so, keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Anrufe? Verlaubnis? Ganz genau. Verstehe. Barrett? Darf ich singen? Was? Darf ich mir den Rücken kratzen? Darf ich mir im Ohr pupeln? Barrett, darf ich gehen? Hey, darf ich? Jetzt sagst du und sagst du, darf ich? Ah, schnauze! Gar nichts, darfst du! Hey, das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte. Hörst du? Sag mal, Kiefer, wie hältst du es nur mit so einem Idioten aus? Wow. Naja, er hat mehr Gute als schlechte Seiten. Du meinst 49% Idiot, aber 51% Netterkerl? Ein paar Prozent mehr Netterkerl. 54%? 54%? 54%? Mehr? Weniger? So ungefähr? Gott! Fing ist jedenfalls, ähm, das, was ich gesehen habe, ist eine Wanderfahrt und keine Seilbahn. Das heißt, mir fehlt trotzdem noch eine Seilbahn hier irgendwo in dieser Region. Zulass vielleicht hier? Nope, ist kaputt. Da wird nichts mehr funktionieren. Hm. Die Gruppe ist wieder Feind. Nur weil sie kurz vorgerannt sind. Tja, ich bin mir grad wirklich unsicher, wo das letzte Seilbahn-Ding ist. Wo ich was übersehen haben soll. Oder ob das halt echt erst später kommen würde. Ich möchte die Quest halt ungern auflassen, wenn ich ehrlich sein darf. Dann wiederum, ja. Es ist halt ärgerlich, wenn mir jetzt ein Teil fehlt. Aber ich sehe nirgendwo mehr Seilbahn. Da war auch nichts mehr, oder? Komme ich da überhaupt hoch? Nope. Okay. Da waren wir, glaube ich, auch drauf, ne? Also auf der einen Seite war halt eine Seilbahn und da waren wir drauf und da gab es auch was, meine ich. Deswegen sage ich, es ist schwierig, ich will zu arbeiten, wenn man so gar kein Gebiet hat zum Absuchen. Und dann halt gar nichts angezeigt wird. Nur so, ah ja, machst du schon. Hm. What the fuck? Wo war denn hier nochmal Seilbahn-Ding hier, ne? Ich nehm die mal runter. Vielleicht führt mich das irgendwo hin, wo noch was ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den... Wiii! Boah, ich glaube, hier war ich auch. Oder? Ja doch, das war die Lebensquelle hier, ne? Äh, nicht die Lebensquelle. Der Turm. Hier war ich, glaube ich, auch überall. Die da gegenüber habe ich, ja. Hier war gerade doch noch einer oder nicht. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Da. Aber die habe ich, glaube ich, nicht. Meine ich. Richtig. Ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? Ah! Hier vielleicht. Da zieht gut aus. Und ein Schatzversteck sogar noch. Cool. Wieso wurde mir das nicht angezeigt auf der Kart, dass hier was ist? Peace. Eins Phönix wieder und wir haben immer noch nicht Phönix. Hahaha. Äh. I know, Shadley. Aber wo Shad... Aua, Schätze. Ich gehe auf jeden Fall kurz mal nach oben, weil da müsste dann... Ach, nice. Letzte Seilbahn sein. Und dann sollten wir hier eigentlich auch alles haben. Und dann sollten wir hier alles haben, oder? Cool. Klau schon. Ich finde sämtliche Schätze. Ja, ja. Einer fehlt noch. Ha. There you go. Cool. Bei dieser Seilrutsche waren wir aber tatsächlich schon, okay. Oder? Jedenfalls interessant. Dann sollten wir auf jeden Fall alles haben hier in der Ecke. Und wie gesagt, die anderen Sachen, da komme ich, glaube ich, nicht lang. Noch nicht. Bei der Gebirge halt. Chocobo. 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 Komm mit. Chocobo. Okay,ieur Monther. Lauf einfach. Wee. Ich wollte gerade schon fragen, wo sind die Johnnies? Boah, die sind hier immer noch. Hoffen wir mal, dass wir sie aussortieren. Oh, mein Gott, alles, bitteschön. Ja. Oh, nein. 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 Wie viele von euch gibt es mittlerweile? Johnny? Meinte damit, etwa dich? Ich weiß nicht. Dann, etwa mich? Unsinn, als wärst du jemals so vorausschaut. Hä? Was soll das denn heißen? Ja, geht so. Wir sollten ein Ersatzteil für die Reparatur des Boilers auftreiben. Aber das wird wohl nicht mehr hergestellt. Also haben wir beschlossen, selbst eins zu bauen. Und deshalb suchen wir jetzt einen Synthese-Chip. Nun, ratet mal, wer das Ding schon hat. Wenn wir doch bloß einen Chocobo hätten. Hehehehe. Überlasst das mir. Ich hab das Ding schon. In der Hose. Wait. Wir suchen nach einer Bauanleitung für ein Boiler-Ventil. Wenn ihr den Chip gefunden habt, könnt ihr euch eigentlich auch gleich direkt ans Werk machen. Hey. Davon war ursprünglich aber nicht die Rede. Ihr seid echt duftet. Wartet, ich glaub ich hab schon was passendes in der Hose stecken. Haha. Oh, fantastisch Bruder. Damit können wir den Boiler reparieren. Jetzt gehören die Eisduschen der Vergangenheit an. Hehehe. Dann können wir ja jetzt Johnny Bescheid geben, dass wir alle von ihm gefunden haben. Ah, also was das betrifft. Oh mein Gott. Einer wäre da noch. Es hört niemals auf. Noch ein Johnny? Er hat sich in den Kopf gesetzt, im Hotel die Krone eines Tomberry-Königs als Trophäe auszustellen. Wollte einen in der Wüste jagen gehen. Ich hoffe, er ist da nicht vertrocknet. Bruder, könntest du nicht nach ihm sehen? Na schön. Bist du der größte? Ja schon, aber ich glaube nicht jetzt. Wir kümmern uns dann mal um den Boiler. Aber die Wüstenregion war für uns dicht. Viel Glück bei der Suche, Leute. Die haben den Neid. Ich durfte da nicht rein. Die haben gesagt, weh. Abwohl. Ich versuch's. Vielleicht steht er davor rum. Weil es weiter halt nicht geht. Was machst du denn hier? Das möchte ich dich fragen. Weißt du, ich wollte quasi zur Krönung der Renovierung das Hotel mit der Krone eines Tomberry-Königs schmücken. Wenn's sonst nix ist. Aber ich komm nicht in die Wüste. Nimm dein Blatt einfach. Das gleiche fast. Der Tomberry-König soll hier angeblich sein Revier haben. Aber da komm ich niemals zu Fuß durch. Hier, komm ich nicht an. Ich durfte auch nicht mit meinem Jock-Bruder lang. Du bist nicht zufällig gerade auf dem Weg in die Wüste, oder, Bruder? Falls ja, könntest du dann vielleicht so eine Krone für mich spritzen? Möglichst ohne Kratzer und so, natürlich. Okay, wir kümmern uns drum. Erstmal müssen wir einen Weg finden, die Wüste überhaupt zu betreten. Sieht schwierig aus im Moment, oder? Eben. Mensch, Bruder, du bist echt unschlagbar. Dann reißt euch die Krone mal schnell unter den Nagel. Ich warte hier so lang, wie es sein muss. Also beeilt euch, sonst vertrockne ich nämlich. Fakt ist... Ich kann noch nicht in die Wüste. Wohl mir die Neid. Hat sie ja selber gesagt, Jufi. Das heißt, M.S.C.W.A. Tigers. Dann wird der Rest halt noch, komm mal, ähm... Was? Was? Oh! Ist das alles? Und wie es weitergeht, sehen sie, wenn wir die Map weiter aufgedeckt haben, mein Guest. Wie? Ja, komm! Was machst du? Soll ich mich besser setzen? Okay! Ah, ich bin wieder mit dem Lippe, so. Muggi. Mich zu wechseln mit Maggi. Na gut, wissen wir aber schon mal Bescheid, dass... ...wir da ja später weiterkommen. Dann, let's go! Up ins Coral-Gebirge. Wo soll ich das hier kurz einsammeln? Ah, ich nimm's da mit. Weil ich das Gefühl hab, wir haben eh eigentlich schon zu viel Stuff in der Tasche. Auch da? Ah, ich glaub nicht. Erinnert ein bisschen an Nibelrein... äh, Nibel... Nibelrein. Sie hatten wie Schniedelrein. Okay, lass mir das. Äh, Nibelheim. Hier haben wir uns einfach zurückgelassen. Oh, dear. Komm zurück! What? Oh, no! Haha, warum fühl ich das? Machen wir eine Pause. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia... Ich meine, entkommen uns die Umrangtypen noch. Ich hab eine Idee. Ich geh vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher! Wuuuush! Das setzt er wohl gerne. Kommt gar nicht in die Töte! Mach dir mal! Ich geh den beiden lieber nach. Barret ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit! Danke! Werden wir... Hehehehe! Hehehehe! Okay! Das einzige, was ich machen muss, ist halt Red anpassen, glaube ich. Wo ist Harlow denn? Ich meine... Ich meine, er hat immer noch Feuer, Luft behandeln. Wollte ich jetzt auch nicht... Obwohl ja, wollte ich eigentlich leveln lassen, gell? Ich mach nur einmal das Heilen von Tifa, damit das weitergelevelt wird. Sonst auch irgendwie was, was ich bräuchte oder leveln möchte. Das nur mit rein. Weil die Materie erscheinen kann, ist gut zu sein. Nee. Nee. I don't know. Wie sieht's eigentlich mit meinen Waffenpunkten aus, wo ich das Ding da sehe? Und ich meine, ich habe das beste Team gerade so quasi. Wir haben Aerys da. Und dann haben wir unser Haustierchen. Also hey, was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Oh, Materia. Und ein Stab für Aerys sogar. Cool. Schwächte Abwehr. Das, was wir gerade quasi ausgerüstet haben. Okay. Guck mal ganz kurz noch hier rein, bevor wir ausrüsten. Ob es auch was Neues gibt. Ah. Davon müsste ich aber welche schon haben. Habe ich Cloud schon eingeholt, aber nie ausgerüstet? Habe ich da schon wieder vergessen. Kann das sein? Boah. Scheinbar. Hm. Was haben wir denn Schönes für dich? Das ist wieder was mit Verbundensein. Die Pebus haben wir. Im Pebus haben wir leider nur einen. Jetzt diese Abwehr. Oh. Jetzt wird noch einen TP-Boost reinhauen. Einfach so zum Leveln. Ich meine, dann haben wir ja ein paar TP-Boost. Gerade im Angebot. Der Stand hat er schon. Gestärkte Abwehr, gestärkt. Ich meine, ja, könnte ich auch nehmen. Aber wann benutze ich die Sachen mal? Keine Ahnung. So. Ich brauche halt die ATP-Balken schon immer für Angriffs-Magie. Wann soll ich die anderen Sachen noch benutzen? Ja, eben. Gefühlt nie. Ich könnte aber auch das Prinzip halt, dass einer heilen noch geben zum Leveln. So. Ich brauche halt die ATP-Balken schon immer für Angriffs-Magie. Was ist das hier? Mikro-Schaden. Plus 10 Prozent. Ich verstehe eigentlich für einen MP geringfügig auf, wenn der Gegner in Schockstand versetzt wird. Ah! Neues Schwert hatten wir für dich nicht, ne? Das Weltenbummer-Ding, was bringen wir es ja auch? Denke ich nicht. Oh, Ares. Zauberstab. Wir haben schützende Magikreis noch nicht gelernt. Okay, ich muss mit dran arbeiten. Weil der ist echt cool. Allgemein sind ihre Fähigkeiten echt cool. Was geben wir dir denn, Cloud? Konter Schaden. Nachkampflinge. Sammelt durchgedrückt halten. Der Tasse. Kraft. Nee, sie dann loslassen. Ich weiß halt nach wie vor nicht mit den Synchro-Aktionen, ob man die irgendwie auswählen kann, welche man benutzen. Kann oder nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht alles reicht. Dass ich hier nicht alle raufpacken kann, ne? Die Leiste, da sind ja nur vier. Ares wird ein bisschen mehr. Rächerhaltung. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Beteiligungslinie einzunehmen. Hm. Aber hier nen netten Zirkus mit Ares. Nimm mal das. Nimm mal das. Und die Spani an. So viel Besitz bei dir aus. Ares haben wir eh mal im Team. Nimm mal mit. Das war einfach für die ATB. Da ist er bei Cumberland. Nimm mal mit. Ares haben wir eh mal im Team. Okay. Muss ich denn jetzt schauen, wie jetzt bitte die Synchro-Aktionen ist. Ob die jetzt quasi ausgetauscht werden oder mehr einfach da sind mit anderen. Tasten? Keine Ahnung. Muss ich die ausrüsten wirklich? Ich weiß halt nicht wo. Da sind Synchro-Aktionen. Ähm. Gleich die. Ähm. So, Ares hat halt... Hm. Kann die halt nicht ändern, hier die Synchro-Aktion. Kann auch nicht sein, dass sie nur zwei Synchro-Aktionen hat. Und... Er hat doch auch grad andere gelernt. Und... Jetzt geht er ran. So, Red hat doch gerade was gelernt an Synchro-Aktionen. Jetzt geht er mit der Aufstand. Und auch Ares. Ah, Wart-Fähigkeiten sind was anderes als Aktionen, right? Dann hab ich das verwechselt. Was ich grad gelernt habe, sind die Special-Angriffe. Nicht die kurzen Aktionen zwischendrin, okay. Galek-Ferzen. Da hab ich das falsche gelernt. Haha. Beziehungsweise dachtest du was anderes. Komm schon. Anderes. Los, tut mir echt leid. Unbedeutend. Warte. Ab mit dir. Flieg. Attacke. Was passiert jetzt? Es wird ungemütlich. Los. 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 Konnett. Dein. Los. Das war's. Los. Elend ... Anyway Magie Das ist wieder so ein Spade. Muss ich da lang? Oder da lang? Oder doch da lang? Wo ist der Weg? Wo geht's lang? Ja. Wie war alles, I guess? Ähm. Keine Ahnung. Scheint beides der gleiche Weg zu sein, nur anders. I guess. Also es führt jedenfalls zum gleichen Ziel. Wer wagt das? Wollen wir? Geht's dir nicht gut? Ab mit dir! Fortschritt bereit? Ist dir etwas schwindelig? Nieder, die auf der Kür ist stet. Oh, ist das Fett, Fett gemeistert. Und los! Perfekt! Herrje, jetzt reicht mir aber! Dann bin ich hier irgendwie, was ist das noch sehr noch eben? Okay. WIE! The fuck, was ist das denn? Ähm. Ähm. Sollte das... Sollte das Spirits sein? Or what? Geht's auf jeden Fall nicht lang. Hier hat man die Seilbahn hochgeführt. But, Seilbahn so nie. Keiner... Kein Bock mehr. Außer Betrieb. Also, Barry mich verarscht. Aber hier geht's nicht lang. Ha. Oder bin ich einfach blöd? Wieso hat er da so'n... Fröhnen gepackt? Hm. Hm. Hey! Warte! Na? Gemeinsam! Wie aus einem Guss! Oh! Nimm dich schwarz, Katze! Hilf mir mal! Geht's dir nicht gut? Hm. Schon genug? Raaah! Zuh! Übernimm dich natürlich zurück! Überlass das ruhig mir! Jawohl! Nied! Es war! Weiter! Komm schon! Flieg! Danke, Jaffi! Gessen! Ah! Das sah schmerzhaft aus! Es ist vorbei! Das hat geklappt! Was mir übrigens aufgefallen ist, wir haben bislang immer noch keine Alamaterianer. Gar nicht. Was nicht so geil ist. Okay. Außer Betrieb! Ich frag mich, ob das steht gar keine Alamateria hat. So, ich fand's schon blöd, dass es im ersten Teil schon nur eine gab und hier gefühlt auch gar nichts. So, für Heilung aller haben wir nur Gebet. Deine anderen Materia musst du halt doppelt und dreifach wirken, quasi, wenn du sie haben möchtest. Ha! Ha! Schwierig. Was hat sowas wie Hast, Proto, das Barriere und Kurs schwierig macht? Weil wir bekommen erst mal drei ATB-Balken voll. Was hat sowas wie Hast, Proto, das war nicht so geil ist. Einfachραuf da, wo ich jetzt etwas gelernt habe. Das ist nicht mein. Nein. Mach dich! Der Feind ist geschwächt. Einfachrauf da, wo ich jetzt was gelernt habe. Cool. Aller hat das halt im Original sehr einfach gemacht. So einfach, hast alle, Barriere alle, Protus alle, easy rauf da. Aber hier, äh, äh. Ähm, ist das nicht... The way to go. Noch ein Stückchen. Ich glaube, hier wären wir sonst einfach eben runtergekommen. Weil ich Fokus war immer noch nicht geil, ne? Leider. Als Fertigkeit. So gehen die auf einmal so viel einfacher als die anderen Viecher. Ha. Balancing ist das hier sehr weird. Alles okay? Ha. Hey. Blende das? Ich packe aber noch mehr. I'm not serious. Ich habe das Gefühl, Red ist aber auch sehr strong. Asche zu Asche. Und Kampf ist eben her halt sehr strong. Sag mal. Bin ich hier nicht hergekommen? Oder bin ich dumm? Äh. Bin ich jetzt im Kreis gehandelt? Äh. Diese Realisation. Äh. Ich dachte... Hier kommen wir irgendwo hin. Aber... Hier ist nothing. Aber... Aber... Herr Redford, zum Teil, da bist du langgegangen. Versteh das nicht. Das muss also sein. Hilf mir mal. Dankeschön. Also ich habe wirklich das Gefühl, Red ist einer der stärksten Charaktere hier. Kampfmäßig. Wir haben jetzt erst recht. Kampfmäßig. Ja gut, dann bin ich überfragt. Barrett hat dahin gezeigt, aber... Oh. Oh. Ist hier irgendein geheimen Weg, wo ich mich einfach reinquetschen muss? Gut, Eris. Ich muss dich, glaube ich, ein bisschen quetschen. Oh. 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 Habe ich den Weg eben... Ah. Habe ich den Weg eben übersehen, als wir hier waren? Nein. Komplett übersehen. Gemeinsam. Warte. Na? Oh nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war's. Keine Ahnung. Maybe habe ich. Ich habe einfach den kompletten Weg nicht gesehen. Schön. Ein bisschen unangenehm. Ich traue dem Ganzen nicht, okay? Barrett sagt, ich soll da lang. Ist das schon viel? Okay. Die sagen, ich soll da lang. Da steht auch Trail. Aber the thing is... Hier gibt es doch Sachen. Keine Sorge, ich merke mir, die soll provieren müssen. Versprochen. Wir müssen nur gucken, ob es hier auch was gibt zum Einsammeln. Hä, hä, hä. Das sind aber nur Monsterchen. Hilf mir mal! Na? Los! Ist ja gleich vorbei. Warum lernen die im Moment nicht wirklich irgendwas? Genau hier. Ab mit dir! So materiellmäßig. Was geht so weit, kommt der nicht. Hihi. Funny. Das hat doch schon die Materia sehr, sehr, sehr lang. Warum lernen sie nicht wirklich was? So Gebet wird immer besser. Das ist gut. Also die Materia will einfach nicht leveln, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil es so eine Doppelte ist. So eine Doppel-Materia, dass die ewig lang dauert. Ich weiß es halt nicht. Okay, ich glaube, hier ist aber auch nichts mehr. Oha! Baby-Dach. Aber so gut. Ui. Ein Peboost, cool. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Vielleicht sollte ich die Materia zum Aufwerten benutzen. Steht Doppel-Materia von ihr. Dann wiederum würde ich halt ASAP gerne Gebet voll bekommen. Genau. Ja, wir haben einzelne Vita-Sachen. Aber gerade wenn ich halt Vita nicht mit alle verbinden kann. Die gehen irgendwie echt schnell kaputt zu hauen. Nicht so nervig wie die Viecher in Costa. Oh. Ja. Ja. Wir werden auf jeden Fall viel schneller geburned. Bop, 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 bop. Geht's hier noch lang? Oh, das ist einfach nur der Weg wieder runter. Wahrscheinlich. Geht's zumindest raus, ob das der gleiche Teil der Map war. Wie eben auch schon. Armselig. Armselig. Wir können halt gar nichts. Es ist einfach so, als ob man auf ein Stück Papier tritt oder so. Wobei Papier bricht nicht in einem Mal. Also, äh. Wäre ich kein gutes Beispiel. Oh, ich habe vergessen, Aerys auszurüsten. Nutz die gute Gelegenheit. Jetzt kann's. Hier. Hier. Das war's dann. So. Jetzt. Das war's. Nichts überstürzen. Autsch. Los. Los wollen wir. Genau her. Hoppla. Und los. Oh. Komm schon. Doch, ein Gebet. Ging das doch durch? Okay. War mir gar nicht sicher, ob das noch durchgegangen war. Das Gebet. Now, let's see. That's a flute. Hier ist, glaube ich, egal. Keine Küste. Das ist einfach nur so ein Doppeltweg, ne? Glaube ich. Da muss ich, glaube ich, runter. Jetzt schauen wir mal, ob es hier... Obwohl, da ist Trail. Okay, da ist Trail, aber... Aber, 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 aber... Da unten könnte was sein. Ja, das ist schon alles. Keiner Lob sein. Näh, vielleicht doch. Es tut richtig weh. Red ist echt sehr OP. Habe ich das Gefühl, einfach. Er ist jetzt aber... Zauberstab. Auf jeden Fall magische Attacke mehr. Was gut ist, die Smiles und sowieso Magier. Ich brauche mir ja auch nicht wirklich mehr Angriffsmagie. Um ich eh nie das zu benutzen. Weil halt einfach zu viel... Also ich kann halt einfach nicht so viele... TB-Balken aufbauen, wie ich es bräuchte. Warte, ist sowas? TP-Boost... Warum hat sie keinen TP-Boost ausgerüstet? Ah, keine Ahnung. Mit den Sternen von Sturm. Erstmal ein Dotter. Treuer magischer Diener. Was ist Sturm-Plus? Ist das die Fähigkeit bei dem Stab hier? Richtschild. I don't know. Spielnummer. So, die sind da jedenfalls irgendwo hoch, gell? Oh. Aber das sagt mir nicht, was da vorne an Zeug ist. Da geht's auch noch lang. Spielnummer. Wahrscheinlich nur ein bisschen Loot. Ah, okay, good. Was haben wir neu bekommen? Nichtschild. Dann schild gegen ballastische Angriffe, der der Gegner fernhält. Hopp. Was eigentlich ganz cool ist? Ich schätze mal, hier ist nix außer ein bisschen Loot. Ich glaub nicht, dass das der Weg ist. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aus. Okay. Da geht's eher wieder runter. Ich fühle mich hier ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Gerade. Beziehungsweise hab ich das Gefühl, dass ich irgendwie im Kreis gerannt bin. Kann das sein? Aber hier waren wir doch schon. Und die Höhle. Wahrscheinlich bin ich wieder im Kreis gerannt, ohne das zu merken. Nur weil ich dachte, es gibt vielleicht irgendwo noch mehr. Äh. Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Ich kann mir grad sagen, schiebt Redzi. Ich kann mir doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die Fungerantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. No. Haha. Einfach Red reiten. Stitt Chocobo. Tut mir leid. Ich hau sein. Ich schreit. Erbärmlich. Nichts mehr rangehen, ja? Mein Auftritt. Angreifen. Nein. Ist gleich ein Klapp. Ich bin in den Kopf. Der ist für mich. Volle Kraft. War das schon alles. Nice. 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 Aber komm ich da lang? Ich glaube schon. Hehehe. Ich hab mich das abhätt, da lang zu gehen. Oh, aber es sieht gefährlich aus. Meh. Gott, du, wie Gott hier. Ich hab die Zeichnung übrigens nicht. Ich hab die Zeichnung gesehen. I know, dass es weiter, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Aber. Okay, ich glaub hier geht's wieder. Einmal im Kreis. Oder? Oh mein Gott, I don't know. Ich weiß halt nicht, ob ich die einsammeln muss. Die Markierungen von Jufy. Ob es irgendwie wichtig ist, dass ich denen folge. Barrett und Treppen kennt man. Barrett und Treppen kennt man. Ist da nicht so ein Fan von. Wir erinnern uns an das Shinra-Gebäude. Da war der auch schon so ein bisschen... Wofür. Ich bin mir leid. Komm, bereit? Flieg! Genau her. Zack! Ui. Ist das alles? Tö-lich. So hast du das jetzt nicht ge... Oh, Harry. Oh-oh. Controller so. Wir haben Limit. Ich dachte, ich kriege Gebet noch hin. Aber nope. Werde ich sterben? I don't know. Könnte ein bisschen knapp werden, also lieber anders viel rauf. Los! Hey! Wollen wir? Das ist doch spitze! Ah! So, so. Aber no. Überlass das ruhig mir! Angriff im Stecker! Lass mich mal sehen! Ja! Das war ab. Das war ab. Das ist Loppy. Ja. Okay. Und. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ist doch wohl nicht zu viel, weil das mal zu grüßen. Guten Tag, der. Zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was sich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Mach das nur so. Ah, oh, eh. Ne, okay. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Wänderschaft der Kuttennotten. Haben sie auch andere Leute gesehen? So ein fideles junges Fräulein ist übrigens lebhaft und mir vorbeigestürmt. Aber grüßen konnte die auch nicht. Tja. Und Barret? Barret einfach lost. Hat schon aufgegeben, ist zurückgeblieben. Lästig. Hey. Gemeinsam. Wie aus einem Guss. Und los. Höh. 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 Da geht ja immer wo nach hinten an, statt nach vorne. Was macht der? Ich hab keine Ahnung, was er gemacht hat, aber es war gekonnt. Gut, hier scheint Kacken zu sein, was ich für euch beachten. Okay, nicht von hinten, nur von vorne, sondern von hinten. Das ist doch schon von vorne, Dinger! Der hat gar nichts zum heilen. Reis, reis. Imagine, die irgendwie Eis haben. Warum so ein Fick hat keiner irgendwas mit Eis? Was soll die Scheiße? So, like, es ist. Keiner fucking Eis hat. Wo ist mein Eis? Kann doch nicht sein, dass keiner Eis ausgerüstet hat. What the fuck? Er hat doch Blut und Frost! Die hat halt nichts, weil sie Gewitter und Luft hat. Was im Endeffekt auch nutzlos ist, weil die wenigsten irgendwie auf Luft oder Gewitter reagieren. Gut, Luft. Das hat auch eigentlich viel zu viel. Dass sie mich irgendwas bringt. Wo ist denn noch Eis? Die hat noch Eis. Er hat, finde ich, auch viel zu viel Materie. Wie soll ich die denn alle benutzen? Technisch gesehen halt gar nicht, weil, ja, ich niemals so viele ATB-Boost bekomme. Ich glaube, hier ist wirklich besser, einfach defensive Sachen auszurüsten, weil es halt uns nichts bringt. Beziehungsweise man halt leider nicht so viel benutzen kann an Materie, weil man niemals alles vollkriegt. Beide. Okay. Wo geht es jetzt überhaupt lang? Ah! Das ist eher das Ding und dann Beryl so, ich will gar nicht mehr. Hey, das ist scheiße. Manchmal gibt's halt so kein Zwischendingen, entweder sind die Viecher so zu einfach oder so zu schwer. Das hab ich so das Gefühl. Ich glaub, diese Doppelmaterial ist zwar cool zum Platz sparen, aber levelt halt extrem langsam. Ich weiß, was Krieger ist, auszurüsten. Was war das da gerade? Sieht aus wie so ein Leuchtener-Fucking-Furz. Der gehört Shinra. Aha, das ist ein Shinra-Nink. Ein Shinra-Helikopter. Nicht so wie die anderen Bunden außerhalb. Aber ich glaub, Kiri ist wirklich zurückgeblieben mit Midgar. Oder, naja, nicht Midgar. Junon. Ich hab gleich noch ein Gebet bekommen. Ich glaub, das ist eine echte gute Materia. Ich glaub, wahrscheinlich besser als Vita. Alleine schon, weil sie halt alle heilt. Vielleicht hätte ich lieber Vita... äh, Vita... Gebet nochmal seit Vita. Alles ausgerüstet. Und wir und Shinra könnten beste Freunde sein, aber Juffi so... Maybe not. Danke für nix, Juffi. Ich glaub, der Automat links lohnt sich nicht so wirklich. Wir werden nicht große Punkte haben. Zum Aufbessern. Was ist denn mit Terrier, was ich für ihn noch brauche? Ich glaub nicht. Dann einmal Bank. Los. Tja, ist die Frage. Wahrscheinlich kommt vielleicht ein Kampf, ne? Bosskampf oder so. Probably. Geh ich von aus, Schatz. Also würd ich sagen, machen wir jetzt am nächsten Part. Weil wir schon hier bei 1,30 sind. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsch euch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.